Willst du den Heli auf dir verstecken, Jartan? Genau hier? Ja. Nicht wackeln. Nicht wackeln. Seile. Nicht wackeln. Runter einfach! Alter, warum macht Dennis diese Seile? Der verhält sich dann anders. Nein. Oh nein. Ypsilon. Komm, macht euch ab. Alter, ihr habt alle geschüttelt, also macht euch ab. Es gibt diese, dass du diese Bots-Ratten machst, sozusagen, dann gehst du in die Bot-Games und dann fahrst du damit. Hey, jetzt kommt ein Auto, jetzt kommt ein Auto. Ist eingebogen in diese eine Straße. Ach, du bist eingebogen in die eine Straße, du. Wir müssen auch mal kurz dribbeln gehen, oder vielleicht auch... Ähm, da wurde auch grad, da ist ein laufender Überfall, by the way. Ja, aber schon vor 18, äh, 20 oder so, äh, 20, 18. Wie viel Uhr ist es denn jetzt? Das ist schon eine halbe Stunde her. Ah, alles! Ey, hier fährt was! Das ist was Dickees. Oh ja, hier hinlegen, 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 hinlegen! Ja. Ohi, oi, 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 oi ocal, oi, oi, oi. Sind schon mal zwei, drei Leute. So einnehmerklamotten. Jetzt geht's los. Ah nein. Aber jetzt ist kein Waffen, keine Waffen, keine Waffen. Ok, jeder geht zu einem hin und haut den dann runter, ok? Die haben die Tür zugefragt, der kommt nicht rein. Warte noch nicht. Warte einfach, dass die mal 2-3 mal verkaufen gehen und dann machen wir es einfach, weil ich will einfach überstehen. Wir müssen jetzt machen, Jontan. Kannst du dich anstreaken und dann machen? Digga, die campen in dem Auto, die sehen das. Was campen die denn? Könnt ihr mal bitte mitpushen? Ja. Sag doch was. Ich dachte, wir warten die ganze Zeit, dass die rausgehen. Die sind weggefahren, die sind weggefahren. Jontan. Achtung, Überfall, stehen bleiben oder geschließen. Jontan, stehen bleiben. Guten Tag, der Herr. Ein kleiner Überfall. Wo sind seine Kollegen denn? Ich hab den down geschlagen, ich hab den down geschlagen. Kann ich ihn ausrauben? Kann ich ihn ausrauben? Ich warte, ich rufe ihn mal aus. Sagen Sie was willkommen? Wo sind denn seine Kollegen, Leute? Ich pack ihn da, sie sind weggefahren. Warte, ich kann ihn gerade nicht ausrauben irgendwie, ich bin zu innen, weil ich hätte. Warte, die kommen jetzt. Ich hätte noch gerne einmal die Schlüssel für deinen Truck bitte. Die kommen da. Ja, der eine kommt. Der eine hat ne Waffe. Äh, pick nicht, pick nicht. Wo laufen die lang? Äh, rechts rum. Hey, komm jetzt Mauer, komm jetzt Mauer, Waffe gezogen. Dennis, bei dir. Der hat doch keine Waffe Digger! Der hat doch keine Waffe Digger! Scheinlich geil. Okay, jetzt haben wir ein Dings. Kira, pass auf, dass der andere nicht abhaut. Hab ihn. Sehr schön, Jungs. Der hat ne Wasser rausge... Ich wurde gekillt. Allianz, der gebellt. Ich weiß nicht von wo, Digga. Ich weiß echt nicht von wo ich gekillt wurde. Ganz komisch. Hier, bei mir, bei meiner Lightyear Steps. Ich bin bei dir. Wo wurde... Du hast sogar gekillt, Digga. Ich weiß es nicht. Hast du ihn ausgeraubt, Digga? Wo? Ich hab keine Ahnung von wo ich gekillt wurde, Digga. Echt, kein Plan. Der Kira kämpft gerade gegen den, oder hat er mit geschossen? Ich bin tot. Ich eise, wir haben nur einen gekillt von denen. So, Alt F4... Ne, Alt Z erstmal. Ja, komm. Ne, ich kann's wundern, ne. Komm. Komm, guck mal. Ich hab ein bisschen Angst mit dem Wichser. Ja, komm. Ich starte mit dem Wichser. Was ist der? Der ist da drinne. Hallo, mein Freund. Ich möchte gerne in deinem Geld haben. Hallo, das ist ein Überfall. Ja, der kommt direkt aufgefahren. Ja, hast du ihn ausgeraubt? Guck mal, der kommt direkt aufgefahren. Hast du ihn ausgeraubt? Laufendabang. Kannst du ihn überhaupt ausrauben? Ja. Laufendabang... Möwst du nicht? Kling? Ja, auf jeden Fall. Jetzt steig ein! Der ist doch der Titelpaarlinger. Ich geh! Ben ist Wüstung! Der kommt, der war raus. Quick, 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 Quick! lol vergessen deine vitamine zu sich zu nehmen was da jetzt passiert habe ich was verpasst und dann kann er einfach jetzt unseren heli hochgehen lassen selbst schuld ja ich konnte nur von einer seite einsteigen so sieht es aus jungens wieder auf der straße landen jawohl da kommt was recht entgegen vorsicht ja komm rein flieg weg sofort warte komm nicht rein wach auf was ist denn jetzt jetzt ist doch offen hier war eine animation fürs gang jetzt auf einmal steht ein bullwagen wieder vor uns hä wo da steht kaputt auch schon die ganze zeit so so da so was das wie